Hallo, hier ist Philipp von InvestorSearch und ich möchte euch hier die DMG Mori Aktiengesellschaft vorstellen und analysieren. Das ist die ehemalige Gildemeister, die sich mit einem japanischen Partner zusammengetan hat. Diese Partner ist ein Familienunternehmer aus Japan, was inzwischen auch über 50% der Aktien hält, weswegen es hier eine weitere Übernahmefantasie gibt, was aber eigentlich auch mehr eine Fusion war. DMG Mori in Gildemeister ist ein Werkzeugmaschinenhersteller. Das ist natürlich ein sehr volatiles Geschäftsmodell, da gerade in guten Jahren viele Aufträge reinkommen, aber man neben den Serviceumsätzen nicht so viele wiederkehrende Aufträge hat und immer wieder darauf angewiesen ist, neue Kunden oder zumindest neue Maschinen zu gewinnen im Verkauf. Die Produktqualität ist hingegen gut und es geht halt vor allem um das Fräsen mit CNC-Maschinen, wo Deutschland und Japan natürlich weltweit führend sind, auch wenn hier natürlich durch den 3D-Druck auch eine zukünftig neue Konkurrenz auftaucht, auch wenn hier DMG Mori auch selber Lösungen hat. Die Marke ist allerdings nicht so bekannt, ist natürlich im B2B-Segment auch nicht so wichtig. Der Markt ist eher am Stagnieren, auch zyklisch und sehr international und durchaus auch von Wettbewerb geprägt. Hier sehen die verschiedenen Technologien, es gibt die Drehtechnologie, die Frästechnologie, Lasertag, Ecoline, was auch in Russland glaube ich produziert wird und halt die gesamten Systeme. Also das sieht schon alles sehr modern und gut aus. Es gibt sogar für Geschäftskunden einen Online-Shop, wo man Verschleißteile etc. bestellen kann. In der Führung gibt es inzwischen einen Wechsel. 2016 hat auch der langjährige Vorstand Christian Tönes den Rüdiger Kapitzka abgelöst, der das Unternehmen seit 1996 geführt hat. Auch ein bisschen natürlich in Kritik geraten ist wegen hohen Gehältern und natürlich auch schon sehr, sehr lange im Ruder war. Aber eine interne Lösung ist immerhin, sorgt hier für Kontinuität. Auch besonders ist es, dass der Streubesitz inzwischen sehr gering ist. Wie gesagt, die Japaner halten inzwischen 60 Prozent, sind auch für weitere Zucköfe gut und auch der Hedgefondsmanager Paus Singer ist hier beteiligt neben der UBS. Die Firmenkultur ist aber ausbaubar, da es nicht so viele Uni-Absolventen sind und nicht alle so zufrieden sind. Und auch wenn die Profitabilität in den letzten Jahren gut war, hat die Wachstumsdynamik auch nachgelassen. Der Auftragseingang ist nicht höher als der Umsatz. Und gerade in schlechten Jahren kann man halt dann auch wieder hier stark an Profitabilität verlieren. Deswegen bekommt die DMG Mori aus rein fundamentaler Sicht nur eine 6,3, was ein Feris KGV von 13 entsprechen würde. Allerdings kann man natürlich auf eine weitere Übernahme spekulieren und dann auch hier noch eine Schippe drauflegen. Dann wäre die Aktie vielleicht auch ein Kauf für beispielsweise das Wikifolio Nebenwerte Europa. Wenn sich aber etwas an den Übernahmenplänen ändern sollte, gibt es natürlich auch hier Abwärtspotenzial, da das natürlich nicht immer alles so berechenbar ist. Weitere Analysen per Video als Text findet ihr auf investosearch.net oder natürlich auf diesem YouTube-Kanal.